Egal ob Bar oder mit Kart, Bazaar oder Katar, ich zück dich schwarz. Muttertag ist heute. Ein ganz besonderer Tag, wie ich finde. Wir ehren die Mütter. Wir sind jetzt in Würzburg und wir haben heute frei. Morgen ist erst das Konzert und ja, was soll man machen? Wir haben jetzt so ein bisschen connected. Wir treffen jetzt vier Mädels, wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen Fans sind oder so oder die mich kennen und ihre Mütter. Und mit diesen Müttern machen wir jetzt eine Bootstour. Sie kriegen natürlich zum Muttertag eine Rose und was da alles passiert und was für Wahnsinn jetzt auf uns zukommt. Die kennen die auch noch nicht, sind auch noch gar nicht da. Das werden wir jetzt sehen. Also Muttertag in Würzburg. Mal gucken, was für ein schöner Tag das wird. Kommt mit! Ich denke mal, das werden sie sein. Vier Mütter, vier Mütter. Haben wir hier eine Fahrtredung? Ja, wir haben uns so schüchternen Mütter. Das ist erst den Müttern. Ich freue mich sehr. Alles Gute zum Muttertag. Dankeschön. Ich bin der Maarten. Das ist lieb. Danke. Hallo. 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 Ich bin Maarten. Ich bin Birgit. Meine Mutter ist auch Birgit. Nein, ich heiße Doris. Hallo. Hallo Doris, Maarten. Freut mich sehr. Hallo. Vielen Dank. Bitte schön. Sehr nett. Danke schön. Das sind auch echte Rosen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Martin. Das haben wir ja eigentlich gedacht, dass unsere Mütter auch sowas auf dem Kopf haben. Wie die Damen. Aber, naja. Tschüss, Kamala! Komm, wir sind schweißig. Muttertag in Würzburg. Da läuft das noch ein bisschen anders. Nicht so gediegen. Da wird noch ordentlich gefeiert. Wie am Herrentag mit Wollerwagen, mit Alkohol, mit Krücken. Wo einfach Schnaps in der Krücke drin versteckt ist und so. Das ist hier noch ein bisschen real hier. Schönen Nachmittag. So, gehen wir mal aufs Boot, oder? So, da hängt auch noch die Deutschlandfahne ordentlich am Boden. Dann erheben wir das Glas auf diesen wunderschönen Muttertag. Schön, dass wir hier in Würzburg sein können. Und jetzt haben wir eine schöne Bootsfahrt und ich hoffe, ihr habt Spaß. Vielen Dank, dass ihr da seid. Auf die Mottis. Auf die Mottis. Hier, vielen Dank. Unser Motto ist ja von Speed und mir, dass wir abnehmen auf der Tour. Wir sind da richtig gut drin, haben gestern Abend auch ... ... geschaffen, warte. Dass wir gestern nach der Show keine Brote mehr gegessen haben, weil wir abnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann noch bisschen Sahne. Da ist er endlich. Nächsten Materialalbum haben wir ja auch fast fertig nach. Waswell. Kommt das neue Materialalbum. Porniliebe. Team Porniliebe ist das Hashtag, wo wir dann in die Promophase mitgehen und hoffen, dass alle auch irgendwie mitmachen. auch diesen Move und diesen Movement unterstützen und auch diesen Weg, dass man auch mal zum Konzert nicht geht, sondern auch mal galoppiert. auf einem Trab. Oder töltet. Oder töltet, wie das die Islandpferde machen. Ja. Also Team Porniliebe, neues Materialalbum 2020. Peace. So, das war unser wunderwunderschöner Freitag in Würzburg. Und ja, hat eine sehr, sehr schöne Fahrt. Wir haben sehr, sehr viel gesehen. Unfassbar tolles Wetter gewesen und ja, Muttertag. Schön, dass ihr da wart, dass wir das zusammen machen konnten. Jetzt geht's ab. Morgen Konzert in Würzburg und ja, wir sind alle glücklich. Wir sind alle satt, haben gut gegessen, oder? Ja. Du auch, oder was? Ja, Selvi auch. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja. Schön. Also, Würzburg Materia, der Tag für die Mamas. Bei Hitra. Dann mit derCoate Grenzen, lass uns ruhig, und verspielte einen Tag für Bahne,